Jöööööööööööööööööööööööööööööot Was für Instrumente könnt ihr spielen? Ich bin leidenschaftlicher Pfeifen-Spieler. Ich schwöre Pfeifen, Thriller-Pfeifen. Ich kann etwa 15 Stück zu Hause. Hast du den Song von Michael Jackson, den ich gespielt? Thriller? Das ist von dir. Crazy. Ich habe bei Instrumente sehr divers angefangen. Mit Blockflöten über Trompeten, Gornetten, Tube-Anschlagzeuge habe ich gewechselt, mittlerweile sogar Klavier. Für ein bisschen Akkordeon. Akkordeon! Du lügst wie Druck da. Nein. Ist das wirklich so? Ja. Ich habe noch nie gesehen an einem Instrument. Das macht mir nichts. Hat er gerade gesagt, ich habe gelogen? Du lügst! Wischst du das nicht wirklich? Für das scham ich mich jetzt. Was ist euer Lieblingslied? Oh, wie ist das gegangen? Ich sitz schon wieder! Dicht in den Flieger! Alles egal, wenn der Bass knall brutal Schon lolololo! Lala! Ja, das ist sehr weg in meinem Kopf in playing. Ja. Der absolute Lieblingssong von uns. Auch textlich sehr auf unserem Niveau. Ja, da ist halt... Wenn man in dieser Musikwelt drin ist und irgendwann auch wie das Niveau erreicht hat, dann reicht so 0815 Songs nicht mehr, dann braucht es dir gewisse Deepness.